Hallo, mein Sleepymoon. Und herzlich willkommen zu einem neuen Magazin, gemeinsam anschauen Video. Ich habe es uns schon ein bisschen gemütlich gemacht und habe Luftkerzen angezündet. Und wie du vielleicht schon sehen kannst, habe ich auch einen neuen Gast mitgebracht. Der Bommel. Bommelbommel. 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 Das ist eigentlich ein Kugelschreiber. Aber ich habe ihn gekauft wegen diesem ganz, ganz weichen Bommel. Hier oben. Und ich dachte, wir können diesen Bommel benutzen, um über die Seiten zu streichen. Und ein bisschen zu trace. Ich hoffe, der Bommel gefällt dir. Vielleicht mache ich auch mal ein Microphone-Brushing mit dem Bommel. Ich kann hier schon mal testen. So würde das klingen. Du kannst mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob du gerne ein Bommelvideo sehen möchtest. Außerdem habe ich heute einen Kaugummi im Mund für extra Mouth-Sounds. Aber kommen wir nun zum Magazin. Heute schauen wir uns mal wieder die Cinema zusammen an. Und das Titelthema ist Erste Insider Facts zu Mad Max The Wasteland Plus 54 weitere Action Hits. Dann starten wir doch mal mit dem Magazin. Ein reines Covertapping möchte ich auch mal machen. So kannst du das hoffentlich gut sehen. Hier haben wir das Inhaltsverzeichnis. Hier haben wir das Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis. Die Redaktion streitet sich. D Inhaltsverzeichnis. Dune Nach vier Jahren Pause belebt ein Spin-Off die Serienwelt von Penny Dreadful. Penny Dreadful Vollgas für Mad Max Mad Max Mad Max Bei Teil 1 bist du jeden Tag an dein Set und hast dich gefragt, ob du sterben wirst. Der nächste Film wird detailliert auf die Visionen von Max in Fury Road eingehen. Ich habe Mad Max noch nie gesehen. Deshalb kann ich damit nicht so viel anfangen. Neues für Fanherzen mitmachen und gewinnen. Soundcheck 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 Liam Gallagher As It Was Das ist eine DVD Doku Kleine Clubs statt riesiger Stadion Aus dem zweiten Leben des Rockstars Liam Gallagher Beasty Boys Story Streaming auf Apple TV Im Kino Zopalast Wer wir sind und wer wir waren startet am 21.05. Berlin Alexanderplatz am 21.05. See der wilden Gänse Am 11.06. Die Zeit tritt schon ein bisschen länger bei mir. Falls du dich wunderst, warum die Filme teilweise schon angelaufen sind. Suicide Tourist am 4.06. Undin undin am 11.06. Ich glaube, das habe ich falsch ausgesprochen. Undin undin am 11.06. Vicky und die starken Männer am 28.05. Vicky und die starken Männer am 28.05. Meine wunderbar seltsame Woche mit Tests am 4.06. Die Mitzwahl In London gehen junge Frauen auf die Barrikaden. Sebastian springt über Geländer. Der unbeugsame und Becoming Nobody. Der unbeugsame und Becoming Nobody. Nationalstraße und der Geburtstag. Das am 5.06. Gypsy Queen Sempavi oder Sempavi . Ich mag das Seitengeräusch so gerne, ich hoffe du auch, ich denke nicht den Kategorien, es ist nicht Teil des künstlerischen Prozesses. Das sagt David Cronenberg. Den Namen habe ich noch nicht gehört, da musste ich ein bisschen genauer hinschauen. Last action heroes. Last action heroes. 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 Léon l'approfie. Bullet. Green Snake. Kung Fu Hustle. Robocop. Der Yellow Sea. Der unsichtbare Dritte. Dirty Harry. Public Enemy. Drone Wink. Edge of Tomorrow. Die sieben Samurai. Battle Royale. Der Mann mit der Stahlkralle. Crack. Drive in. Kino XXL. Das Comeback der Autokinos. Wir haben mit Sicherheit momentan den ein oder anderen Gast, der vorher noch nie im Autokino war. Ich war schon im Autokino. Warst du auch schon im Autokino? 2. 3. 8. 11. 8. 10. 8. 10. 13. 11. 14. 15. 14. Was haben wir denn hier? Quentin Tarantino Sammelt Brettspiele Johnny Depp Sammelt Barbies Tom Hanks Sammelt Schreibmaschinen Da ist wieder David Kronenberg oder David Kronenberg Sein Fetisch-Klassiker Crash wurde restauriert Warum das für Regisseur David Kronenberg ein seltsames Gefühl war Was er vom Stream hält Und wie er sein Werk sieht Hat er uns im Interview verraten Einige der interessantesten Dinge Sind heute bei Netflix zu sehen Das Kino ist ziemlich konservativ geworden Ich denke in der Zukunft Wird es einige Intimere Arten des Filmemachens geben Killer Ladies Mit jeder Staffel wird es schwer für mich Wichtigere neue Wege zu finden Die Finale beschreiten kann Es ist der Job eines Schauspielers So durchlässig wie möglich zu sein Neuen Alternativen zum kostenlosen Streaming Couchkino So durchlässig wie möglich zu sein Holden behindige Services Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 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 acht, neun Roar for justice Das ist doch bestimmt Tiger King Habe ich auch noch nicht gesehen Großkatzen und ihre Raubtiere Genau so heißt es auf Deutsch Making a murderer Paradise Lust Der Unglück ist mir Der Unglück ist mir Der Unglück ist mir Ja S- Home Cinema 15 Stunden haben Fans am Set von Extraction in Namebad ausgehakt, um Chris Hemsworth kurz zu sehen. Ich glaube, den Namen habe ich falsch ausgesprochen. Diener der Dunkelheit, Underwater DVD Horror mit Kristen Stewart. 3.100 Mal hinlaufend, würde ich sehen. Back to the future. Das schaue ich gerade auf Netflix. Hollywood, Hollywood, Hollywood. Bis jetzt finde ich es ganz gut. Ich weiß, dass es so viel ist. Streaming aus dem Guy mit Marc Ruffalo. Disney Gallery, The Mandalorian. Betonrausch. Belly, Belly. Tyler Rake Extraction. Zoe's Extraordinary Playlist of Sky. Das ist manchmal ein bisschen schade, wenn Filme oder Serien vorgestellt werden, die du nicht schauen kannst, weil du den Anbieter nicht hast. Lass nicht ноbowen aus dem woah halten. Dispatches from elsewhere of amasons. Lautes von der Lippe von aua Aftermailen. большige Apple TV auf der Seite ewe đây. Click comment Martinez sobrellerzeimizungen von Monica Sweeti in Mittelation. Killing Eve, Star Splay Meine Watchlist Diesmal ist Fußball Junkie Oliver Noel an der Reihe Das ist also die Playlist von Oliver Ist noch gut, kann man gucken Zurück in die Zukunft Mehr als ein DeLorean, ein Flux-Kompensator und 1,21 Gigawatt braucht es nicht, um durch die Zeit zu reisen Für einen Hit reichte das aber noch lange nicht Wie gelang es Robert Zemeckis und Bob Gale vor 35 Jahren dann die perfekte Komödie zu drehen? Ich kenn keinen, der zurück in die Zukunft nicht mag Dog Dog Da verbinde ich so Kindheitserinnerungen mit Könnte ich auch mal wieder gucken Ein Film ist eben keine Serie In der Laufzeit könnte man an der Tab starten The Juice gucken Die Frage war nicht ob, sondern wann es geschieht Scott Z. Burns Drehbuchautor des Seuchen der Thrillers Contagion Und Virologe Dr. Jan Lipkin Sprechen über Parallelen zwischen Realität und Filmpandemien und Fake News Kino-Timer werden sie filmen, Jugo Popcorn gegen den Schwall der Worte Und das war auch schon unsere gemeinsame Zeit mit der Cinema Ich hoffe sehr, das Video hat dir gefallen Und du konntest gut einschlafen und entspannen Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, ob du Diesen weichen Bummel hier nochmal sehen möchtest Ich würde mich auf jeden Fall freuen Ich wünsche dir für jetzt oder für später eine gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht